Willkommen zurück zu Paper Mario und wir müssen immer noch dieses scheiß Flugticket finden. Besser sagt erstmal den Boss. Neulich wäre ich beinahe in den Gulli da gefallen. Oh Mann, hätte ich Angst. Ich kann mir gut vorstellen, wo man da rauskommt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Gulli irgendwas damit zu tun hat. Aber wir gehen jetzt nach Ostend, weil dieser eine hat gesagt, wir sollen nach Ostend und damit irgendeine Art Monokül reden. Keine Ahnung. Komischer Name war das. Egal. Ostend. Das war glaube... War das jetzt Nordend? Oder ist das Nordend? Oder habe ich hier eine Map? Okay, das ist keine Map. Ah, ja, da ist sie doch. Nordend ist der Bahnhof. Okay, dann sind... Ja, ja, dann ist das Norden. Aber da hinten geht es doch auch nicht weiter. Hallo, Luigi. Du hast immer noch so ein komisches Fieder. Oh, Alter. Das Kabel nervt mich gerade voll an, ey. So, wer ist hier denn das Monokül? Du bestimmt. Du stehst da so im Weg. Hey, hey. Wenn du durch willst, musst du 10 Münzen zahlen. Kämpfen. Was? Du willst mit Gewalt durch? Hier werde ich einen Denkzettel fassen. Ja, hallo. Ich will jetzt keinem 10 Münzen zahlen. Ich sehe das gar nicht ein. Ich will, dass der Typ da weggeht. Der verlangt dir jedes Malgeld. Und so stark sieht der auch nicht aus. Also springen können wir nicht. Daher eine... Äh, wie heißt das jetzt? Eine Landstadt. Ups, jetzt habe ich nicht aufpasst. Vorweg geklipscht. Halalalala. Klippt mir so ein Scheinwerfer auf die Fresse. So. Oh, toll. Ich muss die unbedingt wechseln. Ich will da jemand anders haben. Das bringt ja alles nichts. Doch, wartet mal. Ich bin ja auch dem nicht. Machen wir einfach den Harry-Kern. Aber ich werde da jemand anders nehmen. Vielleicht in die Grumbrina springen. Kopio werde ich wieder nehmen. Finde ich die beste Idee eigentlich. Das bringt ja voll gar nichts, der scheiß Harry-Kern. Ich habe doch B gedrückt. Hauer, haauer. Jetzt aber richtig. So, jetzt nicht nur mal weglipschen. Hör, vier und bam. Puh, diese Frau macht mich wahnsinnig. Mach einfach dein Verteidigung, Hör. Du bist so schlecht, Madame. Komisch, dass ich geahnt habe, dass er auf... Naja. Okay, das werde ich auf jeden Fall gleich wechseln, sodass... Bumbrina. Ja, ich muss mal kurz... Oh, nein! Ich wollte doch... Nein! Stoppen, löschen, starten. So. Ja, mach eine Show-Einlage. Yay! Die ist schlecht, die Frau. Die ist so schlecht. Auf jeden Fall. Kann ich jetzt mal mich konzentrieren? Was mache ich denn hier? Ich baue hier gerade um. Habe ich das Gefühl. Lanzo, heißt er? Na, der Name ist ja einfallsreich. Jetzt bist du jetzt... Alter, bist du jetzt endlich mal tot? Mach dein Verteidigung, Hör, Miss. Madame Touché. Keine Ahnung, ich habe vergessen, wie du heißt. Warum habe ich es vergessen? Errona. Madame Errona. Alter, der muss doch mal tot sein. Ah. Wie gesagt, ne? Boah, krass. Endlich mal ein bisschen mehr Punkte. Ey, was freut sie sich so? Sie hat überhaupt nichts gemacht, Della. Ich tausche den jetzt. Verdammt! Nur weil du die Hauptrolle in einem Videospiel hast, denkst du, du musst immer alles mit Gewalt lösen. Hau bloß ab, du Schwachmahl. So, jetzt tauschen wir erstmal. Team. Kopio! Oh, Mann, ist der... Ich muss unbedingt die Frau finden mit den Insights. Oh, hoffentlich ist die hier. Die Tür ist von innen verschlossen. Oh, WTF, Mann. Das ist das Revier der Banne von Mulusuki oder Moleküle oder dem Räuber. So. Man sieht ihn aber kaum an, da er sich meist in irgendwelchen Seitengassen versteckt hätte. Oh, Dankeschön. Ich glaube, hier kommen wir durch, oder? Ja. Ja. Ah, okay. Bist du das? Wer ich bin? Ich bin Peri, der kleine Dieb. Früher war ich Geologe in den Katakomben, aber davon konnte ich nicht mehr leben. Mulusuki, ach Mann, hat mich dann unter seine Fettie genommen. Ja, und wo finde ich den? Ich habe meine Laufbahn als Geologe aufgegeben und nun bin ich selbstständiger Dieb. Ah, tolle Zukunft. Aha, tolle Karriersprung. Findest du nicht? Nein, finde ich nicht, du. Nein, ich möchte nicht nochmal mit dir gehen. Ah. Langsam habe ich das Gefühl, wir müssen ein Schiff wehren. Was ist das? Oh. Hallo, du bist bestimmt Hachipupa. Was soll das? Du kannst doch nicht einfach in das Versteck der Gangster-Morosokis eindringen. Was hast du überhaupt zu suchen? Was? Du willst wissen, wie man zu diesem Schurken-El Palmone kommt? Ja. Wegen diesem Kerl bringen anständige Räuber wie wir es nie zu irgendwas. Kapierst du das? Sogar von uns verlangt dieser El Palmo gnadenlos Schutzgeld. Na toll. Und du willst wissen, wie man einen solchen Typen treffen kann? Na gut. Das kostet dich viel an der Himmel. Ähm, Junge, ich habe kein Geld. Scheiße, hätten wir bloß nicht als der Ratte gehen. Was soll das? Jetzt willst du plötzlich nicht mehr? Na gut, soll mir recht sein. Du wirst schon wieder kommen, wenn du was willst. Ähm, so, jetzt haben wir die super. Jetzt müssen wir irgendwie an 64 Münzen kommen. Die Frage ist, wie? Wie kommen... Wie viele Münzen haben wir eigentlich jetzt genau? 21. Das ist ja scheiße. Ah! Wie kommen wir jetzt an? So viele Münzen. Das ist die Frage. Wie klappern ein... Einfach hier nochmal die Gegend... Was ist das? Oh, was ist das? Hallo! Du bist zum ersten Mal in der Jobagentur? Ich habe doch gerade noch nach Münzen gefragt. Ich kann dir erklären, wie unsere Agentur funktioniert. Möchtest du... Ja, bitte. Höre gut zu. Hier in der Jobagentur kann jeder, der ein Anding hat, einen Auftrag erteilen. Wenn du wissen möchtest, welche Aufträge es gibt, sieh auf die Tafel neben dir. Du kannst wählen, ob du einen Auftrag übernehmen willst und wenn ja, welchen. Wenn du einen Auftrag erfüllst, bekommst du eine Belohnung vom Auftraggeber. Ein gutes Angebot, oder? Aber merke dir, wenn du einen übernommenen Auftrag nicht ausführst, kostet das Stornogebühren. Alles klar, probiere es doch gleich mal aus. Ja, probieren wir es aus. Ach du... Okay. Liefere Zeug, Marktforschung, Fang den Kehr, Schlag mich... Oh, das hört sich gut an. Ich bin Maxello. Du musst mir helfen, mich an etwas zu erinnern. Du findest mich am Rolinger Markt, direkt vor dem Laden. Ja. Rolinger... Ich hab's vergessen. Ach ja, Rolinger Markt, direkt vor dem Laden. Ich bin mal gespannt. Also wir brauchen ja Münzen, das geht ja nicht anders. Ich glaub, wir brauchen auch noch nachher, wenn wir Falken haben, sind Münzen. Ich glaub, wir machen ein bisschen mehr Aufträge. Was wird jetzt die Auftragsfolge? So, hier ist der Laden. Ah ne, hier ist der Laden, dann bist du das bestimmt. Schuppa, schuppa. Danke, dass du meinen Auftrag übernommen hast. Ach so, neulich hab ich von einem enorm profitaren Geschäft gehört. Aber leider hab ich komplett vergessen, worum es dabei ging. Ich dachte, eine Schocktherapie würde mein Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Schlag mich also bitte mit deinem Hammer. Aber wenn du mich weiter schlägst, obwohl ich mich erinnere, vergesse ich's wieder. Das find ich gut. Erinnere dich, du scheiß Ratte, Komm schon, komm schon. Du weißt es, ich weiß, dass du's weißt. Hey. Gut. Hä? Ach so. Ach so. Ach so, ich treff sie gar nicht. Willst du mich verarschen? Hallo, warum treff ich sie nicht? Ja, ich versuch dich doch zu treffen, weil ich treff dich nicht. ja, naja. Solange wir dafür Kohle bekommen, ist alles gut, oder? Gott, ist das langweilig. Hä, bin ich jetzt, ich sollte mal das davor und da nachlesen. Irgendwas steht doch da wohl. Mann, das nervt richtig, ey. Ich schlage wie verrückt auf die Ratte ein. Das ist doch quatschig. Ja, das ist quatschig. Ich hab's. Oh, endlich, Mann. Äh, Verkauf verdiene ich an jedem zwei Münzen. Hehe. Zum Dank, höre mein Rat. Wir haben jetzt nichts von ihm gekriegt. Boah, ey. Manometer. Kann man eigentlich mehrere Aufträge annehmen? Ich hab keinen Bock, jetzt hier jedes Mal von A nach B zu rennen. Ach, hier war das ja. Ne, hier war es nicht. Hier war das. So, hab ich erledigt. mit der nächsten. Hä? Achso, ich muss einfach immer... Hab Hunger? Such mich? Kopie? Zuhörer gesucht. Äh. Okay. Ich suche ein Gesprächswarte. Findest du mich... Blütenweiler? Nee, ich möchte jetzt nicht nach Blütenweiler. Nein, 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 Und zum dritten Mal, nein. So. Bubuma? Oh Gott, ey. Können wir nicht irgendwas bitte in unserer Nähe machen? Suche Schlüssel. Mein Name ist Lorenzo, mein Schlüssel ist weg. Ich komme nicht mehr in mein Haus. Der Schlüssel muss irgendwo ein Rolling sein. Könnte ich... Ich warte vor dem letzten Haus in Ostend. Ja. Mann, ich dachte, dass wir irgendwie Kohle bekommen und ich so ein Kack, ey. Du hast mein... Dann geh auf die Suche. Ich muss das Haus bewachen, falls jemand den Schlüssel findet und hineingeht. Ich glaube, ich habe den Schlüssel auf dem Weg zum Ordenshop ver... Es gibt einen Ordenshop? Scheiße, wo ist denn hier ein Ordenshop? Wie komme ich denn da unten hin? Es gibt einen Ordenshop? Ordenshop, Ordenshop. Äh. Wo gibt es denn hier einen Ordenshop? Jetzt entsinne ich mich gar nicht. Mir muss mal kurz überlegen. Könnte denn... Wo ist denn ein Ordenshop? Das ist der normale Shop. Und hier unten vielleicht? Oh Mann, wo ist denn ein Ordenshop? Ich weiß das nicht. Geh weg. Das ist doch scheiße. Wir haben keine 64 Münzen. Eigentlich bleibt uns ja nichts anderes übrig als in den Katakomben zu gehen und zu kämpfen, damit wir irgendwie an Münzen kommen. Hm. Echt, diese scheiß Ratte wegen der hat kein Geld. Können wir nicht eigentlich Items verkaufen? Fällt mir gerade so blöd ein. Wir brauchen hier nur über 40 Münzen. Ja. Wir gehen jetzt da hin, da ich nicht weiß, wo der Ordenshop ist. Der ist bestimmt da, wo man mit den Insights... Das weiß ich ja auch immer noch nicht. Ich habe vergessen. Ich möchte bitte was verkaufen. Verkaufen. Was ich verkaufen möchte? Oh, den Ultra-Pilz, bitte. Ja. Nein. Gut, wir haben 64 Münzen, alles ist gut, Leute. Ach Gott, ey. Gott, wusste ich überhaupt gar nicht, dass es so einen scheiß Shop gibt. Ordenshop. Ich weiß nicht, der ist bestimmt da, wo die Insights sind. Die suchen ich ja auch noch. Obwohl, eigentlich ist das Symbol hier, ne? Ich gehe jetzt einfach mal hier so rein. Ich will mal das ausprobieren. wenn du eine Rang... Erhöhung wünschst. Geh auf. Das habe ich gesucht. Scheiße, Mann. Das lesen wir jetzt nicht. Bla, bla, bla. Ich weiß genau. Ich finde den Mr. Kopio-Gitter. Ja. Hangus Fungus. Hachipukala. Auffuß. Wow. Was wird denn jetzt alles erhöht? Auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ja. Madame Erona. Die könnte mal ein bisschen... Ja, bitte. Und dann fehlt uns eins noch und dann können wir auch von Gumbrina einen Rang höher machen. Auffuß. Ja, Auffuß. Ah, die habe ich doch die ganze Zeit gesucht. Das bringt wenigstens ein bisschen was. Gott, wir müssen noch eine Menge von diesen Insights finden, ey. Ja, aber jetzt möchte ich trotzdem nicht Madame da haben, sondern meinen Kopio. Jetzt hat sie Knutschkuss gelernt und er hat Panzerschild und sie würde ja dann auch wieder was machen. Ich nehme aber jetzt Kopio. Wenn wir einen Insight finden, gehen wir sofort hierher. So. Ach, wie kam ich... Wieso habe ich das vergessen, dass der Shop hier ist? So, das da hinten mit dem Schlüssel ist mir jetzt erstmal ziemlich Wayne. Wir gehen uns jetzt das... Und dann haben wir ja noch nicht mal das Flugticket. Der verlangt bestimmt auch was, der Boss. Das wette ich. So, jetzt hier hast du eine scheiß 64 Münze, ey. Ja. 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 Mein schönes Geld. Na gut. Also höre gut zu. El Palmone betreibt im Westen eine Spielade. Das wissen wir. Kauf in dem Laden ein Trockenpilz und ein Schwörschwör. Hä? Achte auf die Reihenfolge. Kaufe erst einen Trockenpilz und dann das Schwörwör. Noch mehr Geld. Lieblingsfarbe? Antworte Gelb. Was ist das Passwort? Oh Gott. Ein Trockenpilz und ein Schwörschwör. Alles klar, ja. Trockenpilz, Schwörschwör. Trockenpilz, Schwörschwör. Das hat bestimmt... Ja. Aber das kostet bestimmt auch Geld. Das heißt, wir müssen wieder ein Item verkaufen. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Ich echt? Warum habe ich auch in diese Scheißratte investiert? Kann mir das mal jemand sagen? Ich weiß nicht. Ich hatte Hoffnung und Träume und sie waren zerstört. Mann, wir hätten so viel Zaster, ey. Naja, okay. Wir hatten ein bisschen Zaster. Okay, das heißt, wir gehen jetzt wieder was verkaufen. Und da müssen wir an diesen Laden, wo halt diese Katze ist, und dann einen Trockenpilz und einen Schwörschwör kaufen. Mann, ich muss mich daran erinnern. Das mache ich jetzt auch noch in der Folge, bevor ich es vergesse. Scheiße, wir haben ja fast nichts. Ich weiß ja nicht, wie viel kostet ein Schwörschwör und ein Trockenpilz? Da wir ja beides gleich hintereinander kaufen müssen, muss ich ein bisschen was kaufen. verkaufen. Und das verkaufe ich noch. Ich denke mal, das wird doch lang, oder? Und Schäfchen, das benutze ich so, so, ich so. Und das, ich hoffe, ich hoffe, dass es langt. Ich hoffe, ich hoffe, dass ich hoffe, dass ich hoffe, dass ich hoffe, jetzt gehen wir schnell dahin. Erstmal gucken wir uns die Preise haben, bevor wir das anfangen zu kaufen. Oh, nee, weil nachher kostet das alles zu viel oder das eine zu viel, dann können wir nur das eine kaufen. Wir müssen ja beides hintereinander kaufen. Erst ein Trockenpilz und dann ein Schwirrwarr. Hört sich seltsamer mit. Ah, stimmt, ich wusste das doch. Mann, wir hätten uns die 64 Minuten sparen können. Oder bestimmt? Ich muss mal gucken. Der Trockenpilz kostet zwei. Können wir uns leisten. Gut, Trockenpilz und ein Schwirrwarr. Ähm, welche Farbe hat eigentlich dein Bart? Gelb. Oh, ey, blöde Katze! Gelb, ich war nur auf Gelb fixiert. Ja, natürlich, ich bin bekannter, ich bin so richtig Kumpane, so voll der Bro und so, ne? Puh. Ich hab die Tür fertig geöffnet, bitteschön. Dankeschön. So, Leute, und bevor wir diese schöne Treppe der Macht hochgehen, mach ich einen Schnitt. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao!